Was ist allergische Dermatitis? Allergische Dermatitis ist eine Hautentzündung, die durch die Einwirkung eines Allergiens hervorgerufen wird. Dieser Hautzustand ist sehr häufig. Es gibt zahlreiche Behandlungen, die gegen allergische Dermatitis eingesetzt werden können. In der Regel wird die Behandlung dieser Erkrankung von einem Hautarzt überwacht, der auf die Erkennung und Behandlung von Hauterkrankungen spezialisiert ist. Es wird empfohlen, sich einer Behandlung zu unterziehen, da es keinen Grund gibt, Hautreizungen ohne Behandlung fortbestehen zu lassen, wenn sie behandelt werden können, und weil allergische Dermatitis manchmal mit Komplikationen einhergeht, die zu medizinischen Problemen führen können. Bei einer allergischen Kontaktdermatitis reagiert die Haut direkt auf etwas, mit dem sie in Kontakt kommt? Beispielsweise kann bei einer Allergie gegen Wolle, die Wollkleidung trägt, die allergische Dermatitis in Bereichen auftreten, in denen die Haut mit der Wolle in Kontakt gekommen ist. Ebenso können Menschen manchmal eine Dermatitis entwickeln, wenn sie infolge einer verlängerten Immunreaktion ihren Allergien einnehmen. Dermatitis tritt auf, wenn das Immunsystem fälschlicherweise glaubt, dass etwas eine Bedrohung ist, und reagiert, um es zu neutralisieren. Die Reaktion verursacht eine Entzündung, die zu Juckreiz, Rötung und Schwellung führt. Der Patient kann auch Schmerzen haben, insbesondere wenn die Dermatitis chronisch ist und die Haut manchmal reißen und geschwürig werden kann. Der Bereich des Ausbruchs kann äußerst unangenehm sein, insbesondere wenn er unter den Bändern eines Kleidungsstücks eingeklemmt ist. Viele Erkrankungen können wie allergische Dermatitis aussehen, und es kann ein Dermatologe erforderlich sein, um die Stelle zu untersuchen und diagnostische Tests durchzuführen, um zu bestätigen, dass eine allergische Reaktion auftritt. Sobald eine allergische Dermatitis identifiziert ist, kann der Arzt mögliche Allergene eingrenzen. Es können Challenge-Tests verwendet werden, bei denen der Patient bekannten Allergenen ausgesetzt ist. Eine Möglichkeit, mit allergischer Dermatitis umzugehen, besteht darin, die Exposition gegenüber den betreffenden Allergenen zu vermeiden. Wenn zum Beispiel jemand nach dem Umgang mit einem bestimmten Lebensmittel eine Kontaktdermatitis entwickelt, kann dieses Lebensmittel in Zukunft vermieden werden. Medikamente können auch verschrieben werden, damit die Immunreaktionen nicht so stark sind, so dass Menschen in der Nähe von Allergien sein können, ohne dass es zwangsläufig zu einer schweren Reaktion kommt. Bei anhaltenden Ausbrüchen können Hautcremes verschrieben werden, um Entzündungen und Juckreit zu lindern und dem Patienten ein angenehmeres Gefühl zu vermitteln. Patienten mit einer allergischen Dermatitis in der Vorgeschichte sollten sicherstellen, dass dies in ihren Diagrammen vermerkt ist. Hautallergien gegen Latex und Maisstärke sind besonders wichtig, da Personen, die medizinisch versorgt werden, möglicherweise besondere Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Auslösung von Allergien zu vermeiden.